Ja, alles zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tibierung-Konflikt-Remastered Edition auf Seiten der GDI-Add-On-Kampagne. Ganz genau, und ja, wir waren bei nächstmal Mission 6 des Add-Ons angekommen. Jawohl, in Ordnung! Was machst du da? Und, ähm, genau, wir hatten uns hier aufgebaut, wir stehen hier eigentlich nur unter Beschuss. Jawohl, reiche Konstruktion! Und, ähm, ja, ich muss jetzt gerade irgendwie gucken. Ionenwerpfer, Abschluss. Das war hier, ja, ich muss irgendwie, warte, ich hab ne andere Idee. Ich hab, ich hab hier jetzt die Idee, ähm, stell euch mal da rein, bitte. Ähm, ich werde den Bauhof, ich werd mal einen Bauhof bauen, tatsächlich, liebe Leute, und da oben mal den Bauhof dann dahin stellen. So, bam. Sehr gut. Ach! Wie viele... Wartet mal, Leute, das ist jetzt gerade aber echt... Ich hab doch gerade erst eine neue Folge angefangen, was soll denn das? Mach mal Pause. Ich muss diesen Turm nachbauen. Oh Mann, ich hab, ich hätte eigentlich keine Mammutmanzer bauen sollen, ne, merke ich gerade. Ähm... Jawohl, genau, Achtung! Ich hab nämlich hier keine Kohle mehr, die ich jetzt mal eben so sammeln kann. Weil, ähm, hm, die hier oben ist halt ziemlich weit weg. Na, das ist es halt. Und genau deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mir, ja, einen Bauhof, ähm, hier oben hin bauen. Aber hier sind, hier sind keine Tarnpanzer, das ist schon mal gut. Boah, Leute, Leute. Sammler. Ja, ihr müsst da hochfahren, das ist... Ihr müsst da ganz weit wegfahren. Der Bauhof, der kostet aber auf 5000, ey. So, übelst krass. Okay, Leute. Aber der, ähm, Obelist, der kann euch nix. Schon mal gut. Den können wir auch mal direkt platt machen. Ähm, weil der macht mich nervös da. Macht den im Arsch. So, die Orcas machen das sehr gut. Und, ähm, ja, liebe Leute. So machen wir weiter hier in dieser Mission. Ähm, ich hoffe, dass das Binnen haut mit dem Bauhof. Mit dem zweiten. Ja, weil eigentlich brauche ich den hier unten dann nicht mehr, ne? Ja, aber, ähm... So, okay, weg mit dem. So. Und bam. Gut, Leute. Dann kriege ich jetzt ein paar Geldlieferungen. Bauhof bauen, bitte. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, muss ich mich hier ein bisschen... Ach, du heilige. Sammler bleibt... ach gott noch mal pause bitte so macht das mal bitte weg und ihr helft mal bitte hier sehr gut okay gott sei dank so dann sagen wir bitte wieder hoch jungenwerfer schmeiße ich mal auf den der geht mir auf den ps so schnell kann das gehen und da ist wieder ein raketenwerfer schnell kaputt machen so ihr seht wie viele teile machen ganz ehrlich so so leute dann würde ich sagen machen wir mit unserem projekt mbf weiter wir brauchen wir auf den zweiten nein 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 sammler geht daraus geht bitte daraus okay alles klar leute alles klar wenn er mich mal in ruhe lassen würde hier könnte ich mich auch irgendwie ein bisschen gemütlicher aufbauen aber der typ lässt mich irgendwie nicht in ruhe jedoch da hinten rein gehe hier rein so alles klar du gehst bitte hier rein ich brauche nämlich jetzt jede kohle für das projekt bauhof so projekt bauhof ja so kann so kann man so kann uns echt sagen weil die anschaffung eines bauhofs hier in diesem spiel die ist echt mit viel zeitaufwand verbunden muss ich sagen so macht bitte diesen hochschrauber lande pflaster platt da kriegen wir nicht es hält so viel aus aber gut leute ich habe zumindest mal eine sechsten mammuts und wo der sammler wieder her fährt weiß ich auch nicht was der hier wieder macht wie die sammler hier arbeiten das ist manchmal nicht echt gewöhnungsbedürftig aber gut leute wir haben den bau schon so über der hälfte was so diese raketenwerfer macht den im arsch da wo ihr seht das wie viel schaden die machen dann helft man hier unten mit so und macht den noch kaputt sehr gut ja den sammler muss ich jetzt mal reparieren aber ich möchte bitte gerne noch gleichzeitig am projekt bauhof weiter arbeiten ist ja wirklich auch schon wieder einer schon wieder einer soldat ihr wo kriegst die kohle her leute junge so projekt bauhof läuft weiter ionwerfer ist bereit dann möchte ich mir jetzt bitte hier diesen hubschrauber lande platz wegnehmen was soll denn das so meine güte so und ein gummipanzer toll tolle wurst so nach dem weg mein gott projekt bauhof ist fast fertig ich muss aber leider noch mal pausieren hier so sonderreparatur ist jetzt soweit erst mal fertig mach bitte das den bauhof weiter so ach du kacke ich bin mir aber auch um überlegen ob ich den hier unten vielleicht verticken soll aber was ist wenn der bau hier oben dann direkt abgeknallt wird das wäre natürlich scheiße um es auf deutsch zu sagen aber gut warte mal ich kann hier unten eigentlich eine raffinerie verticken was kann ich machen so dann wird das projekt bauhof jetzt endlich abgeschlossen sehr schön der bauhof ist abgeschlossen sehr geil okay liebe leute oder war wieder irgendeine katze im hintergrund auch interessant ja so bauhof dann kurven mal bitte da oben her ich möchte ich auch direkt hier oben aufbauen können oder naja egal auch schon mal eine raffinerie dann verkaufe ich nämlich die beiden hier unten und nach mir hier dieses rtb rumfeld gesichert das sieht doch gut aus der plan der plan sieht doch sehr gut aus dann würde ich sagen machen wir einfach mal weiter so sehr schön nach wie vor an diesem sonntagabend hier auch auch atombombe was so hat denn der atombombe abgefeuert ja jetzt steht natürlich die produktion was für ein penner ja jetzt soll ich dann verkaufen dann muss ich hier ich weiß jetzt ehrlich gesagt ich werde ich hier verkaufen kann ja den einbau aufkommen dann muss ich halt risikoreich leben hier so mein gott hat er mir echt eine atombombe da oben rein gefeuert das gibt es doch nicht war die arbeit kann weitergehen so meine frösche so ja ja lasst ihn auf die mammut panzer gehen ist okay ist in ordnung alles klar da habe ich hier oben meine beiden so meine beiden raffinerien kann ich mich hier unten wieder aufbauen oh man leute das ist so ein kack manchmal kommt er geht da mit der atombombe angeschissen unfassbar macht er weg so sehr schön leute dann habe ich jetzt hier oben nämlich drei sondern im einsatz was will der denn jetzt hier kommt ihr hier durch ja gut aber ich muss mich trotzdem ja lasst euch abballern ist okay leute lasst euch abballern ich muss mich jetzt hier befestigen ach du scheiße ich muss mich hier dringend befestigen leute so dann macht ihr diesen gummi panzer weg so so dann legt ihr die mal ab bisschen so bist wir hier okay sehr gut so leute dann haben wir uns hier unten zumindest wieder verteidigt aber ich mich da oben weiter verteidigen so gut weil hier ist mein mein sammelplatz sozusagen und den will ich auf keinen fall verlieren deswegen bau bitte rakete hier oben auf so und dass wir jetzt hier unseren sammelplatz haben würde ich sagen speicher ich mache ich guter fortschritt muss ich sagen mittlerweile so dann man muss ganz bitte wieder da oben hingehen was war das schon wieder was war das schon wieder keine ahnung ist aber ja dann können wir die auch runter ziehen eigentlich was mache ich jetzt mit denen karte erkunden ganz genau da habe ich mich hier oben abgesichert wir brauchen wir jetzt schon silos das heißt ach quatsch wartet nur ich kann eine zweite waffenfabrik bauen ist das denn keine idee noch mal schön nerven hier ja noch mal schön nerven geil das war eine gute idee leute schön genervt aber der hat der krank der kann nichts hier so ich habe hier im turm stehen du penner so sagt ich wusste es dass der kommt ich wusste es einfach so leute ich habe wieder ein ion werfen das heißt ich werde mal hier dieses macht die energie platt war auch das reicht sogar schon ja gut okay na denn gut leute habe ich jetzt die zweite waffenfabrik dann geht es jetzt schneller mit den mammuts geht es jetzt bitte man muss genauso schnell wie die kohle reinkommt seht euch das an die rollen jetzt einfach mal eben doppelt so schnell vom stapel das ist natürlich mega geil aber auch nur weil ich da diesen trick da gemacht habe mit dem sammelplatz da oben ich habe so überlegt ja was soll ich denn da oben machen ja warum eigentlich keinen sammelplatz ne so ist schon der nächste mammut fertig so und man jetzt kommt er wieder angeschissen mit allem was er hat hier was war das denn was war das denn es kommt ja hier oben drauf wartet mal macht mal bitte pause bei dem mammut was macht er jetzt hier das finde ich jetzt aber uncool so ach danke was zur helle und die raketenwerfer ach du heilige jetzt kommt er aber jetzt kommt er aber ich freue mich was hier gerade kaputt gegangen ist naja gut leute das kommt aber ganz schön ganz schön angekackt ich reparieren meine orcas ich glaube das ist bessere methode gerade so liebe leute ja macht doch spaß macht doch spaß muss ich sagen sich vorletzte mission vom addon ja die jetzt in sich dann weiterkommen sehr schön dann kann ich hier noch zu ende reparieren rappen und zack sehr gut die ganzen mammuts kann ich eigentlich auch zum reparieren schicken so dann würde ich mal sagen die hubschrauber machen wir bitte dieses mannigen da weg der nervt doch noch so dann bitte die turm da weg machen und tschüss sehr schön wieder raketenwerfer der penner ja der penner hat wieder raketenwerfer im einsatz ja aber das schaffen die schon seht ihr dort keine kein problem da brauche ich ja keine keine hubschrauber für gut dann machen wir dieses männigen weg sehr gut okay dann wird diese basis hier schon weggekriegt bau bitte diesen mammut weiter und wo fährst du hin wo fährt er schon wieder hin ich weiß ja nicht was die sammler hier manchmal für probleme haben doch auch schaut euch das an mammutpanzer das ist schon geil aus so leute auch jetzt lasst euch doch nicht beschädigen von denen das ist meine schöne angriffsarmee hier mach doch den hier platt so macht doch genau das war zugegen die gut seit toll jetzt kann ich hier wieder ach leute leute ihr lasst euch auch einfach von denen abballern sammelt euch doch einfach hier unten die mammut die video vom stapel rollen ist einfach so hammer sieht so hammer aus jetzt kommt er da oben hin was zur was zur hölle da oben ist ein ding ok ja dann schieß doch drauf oh gott junge blöd muss man seine so was zur ach dieser kacke raketenwerfer man ja viel halten die ja nicht aus ne irgendwie nicht so aber die machen halt viel damage gegen gebäude so boah leute oha ihr geht mir gerade ganz schön auf die nerven hier ihr geht mir auf die nerven leute ganz ehrlich so macht die weg so da steht ein obelist das heißt ich muss mal ein bisschen abstand halten ganz corona konform hier alles corona konform natürlich abstand halten so ion werfer ja wohl mit dem kann ich eigentlich diesen listen da platt machen genau so sehr schön ich habe nämlich keine ahnung was das für eine basis da ist ja für sollte versuch ja macht noch stress mach noch stress du mächtiger ein typ so die fährt nach hause und dann bist du kaputt immer bitte diesen gummipanzer da weg der weiß wieder nicht was wir machen was da machen soll so leute dann habe ich jetzt wie viele 486 16 die können sogar einen bomber abschießen das ist schon mal richtig gut leute aber so langsam ist hier auch hier oben die sammelstelle nutzlos geworden wir benötigen sie los ja wobei wartet mal ich brauche mal ein jeep dann wieder paar mammuts so halt irgendwo her muss ich die kohle noch kriegen ich habe das ganze erzfeld da oben jetzt abgeerntet nicht so nah dran so und so genau und schon habe ich wieder keine kohle mehr ne ja heute wie gesagt interessant jetzt ist hier oben das tibirium fällt ist jetzt weg wartet mal da muss ich jetzt echt mal wieder erkunden wo gibt es denn hier noch geld flammenwerfer statt dass der alles anstatt dass der einfach schießt lässt er sich hier von dem abballern ja okay oder oben ist doch einfach nur einfach nur eine basis oh nein jetzt kommt er wieder da an okay wo ist mein jeep da ist mein jeep der sammler der kann bitte zurück ich habe hier nämlich ja irgendwie jetzt doch massive geldprobleme muss ich sagen wo kriegen wir jetzt noch kohle hier könnte man bitte ja keine ahnung da unten hin oder so ist gerade nicht sicher ehrlich zu sein so die trifft auch fast nicht das ist schon mal gut so ja gut egal dann mache ich hier oben halt diese energie platte und mit den hubschraubern werde ich bisschen den noch mal beschädigen ja das radar von dem vor hat da vielleicht keinen luftangriff mehr so ich habe jetzt aber auch 16 mammuts die müssten doch eigentlich reichen oder so wartet man mach mal mammut pause du sammelst nicht warum sammelst du denn nicht wieder diese diese arbeitsverweigerung hier entweder arbeitsverweigerung oder arbeiten an der falschen stelle das ist so dumm echt die sammler sind manchmal so blöd unfassbar kommt das schon wieder an das ist doch jetzt nicht mehr wahr leute wie viel kohle hatten der auch wieder endlos kohle hier so hat auch wieder endlos kohle oh man ja dafür habe ich immerhin 16 mammuts rumstehen abgebrochen so hoppetin jeep so jeep brauche ich so ich muss mal erkunden hier was ist denn hier los ey ja dann bring rein dann fahr bitte nicht irgendwo anders hin sondern bring rein so wo ist dieser jeep wie kann man nur so dämlich sein so egal jetzt habe ich wieder hier unten jede menge kohle und er bereitet sich da doch schon wieder vor ja klar macht immer weg da los macht ihn weg und den genau so und in den gummipanzer bitte und den gummipanzer mein gott ok ok alles klar dann bin ich jetzt haben wir echt überfragt jetzt haben wir schon wieder hier unten ist das hier oben eigentlich echt mega nutzlos mittlerweile ja dann muss ich hier unten wie man da kommt er schon wieder an da kommt er schon wieder an das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht millionenwerfer ok jetzt kommt er hier oben an ja gut das geht aber so das geht ok kriege ich jetzt beide ich bin schon wieder bei 25 minuten kriege ich jetzt meine 20 mammutspanzer noch voll ich glaube schon aber es ist halt anstrengender geworden viel anstrengender geworden so das hat er da stehen ein gummipanzer ja ja heute dann ist das ganze ein bisschen merkwürdig was ich hier machen muss beziehungsweise ja doch wo ich hier noch geld herkriege das ist ja wirklich unfassbar so ein bisschen die karte erkunden auch ok nein ok gut da ist hier ist die basis komplett oder was ok gut ja dann kann ich jetzt eigentlich nichts anderes mehr machen außer versuchen hier reinzukommen aber das wird nichts wegen mobilisten ja genau gut kann ich die nächsten mammutpanzer bauen ja ihr gras hier alles ab naja mammut sammelt euch mal bitte da hinten das ist schon mächtig aus muss ich sagen sammelt sich bitte auch da oben so so dann könnt ihr jetzt noch mal den sammler platt machen bitte so macht den sammler im arsch sehr gut sehr schön das erlebt aber noch ganz knapp hat der typ warte mal kein geld mehr oder so kann ja auch mal sein dass die gegner hier kein geld mehr hat oh man ja dann hilft einfach mal meine güte so so und direkt weg mit dem scheiß ja gute leute dann machen wir den angriff am nächsten mal das ist ja hier muss ich ja hier echt vorbereiten habe ich wieder ein ionenwerfer okay das kann ich aber noch machen zwei stück für euch noch so das kann ich aber noch machen ich kann hier oben den radar wegnehmen das kann ich machen so das kann ich noch inhalt der nächsten minute so und warm oder was oder was doch gut ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen gut dann habe ich wieder einen kaputten was macht ihr da schon wieder haben wir doch hier unten noch mal kurz speichern ja ist ja gut der mit seinen scheiß baggies immer so aber die machen ja keinen schaden also von daher passt das schon das passt schon so alles klar dann sollte er jetzt eigentlich also theoretisch keinen luftangriff mehr haben jetzt haben die sammler alten ewig langen weg das ist halt der scheiß in ordnung oh nein 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 stopp da ist eine flag da ist die scheiß flag so ja ich weiß leute aber mit der kohlelieferung sollte ich eigentlich meine mammutpanzerarmee vollständig aufgebaut kriegen hey das sieht doch mal gut aus und ja dann mache ich gleich wenn ich angreifen gehe wenn ich dann mit einem ionwerfer diesen turm hier weg machen genau so perfekt liebe leute dann würde ich mal sagen speichere ich das gleich doch mal und dann geht es in der nächsten woche weiter hier mit dem angriff mit dem finalen angriff auf die not basis so erstmal hier noch den scheiß verteidigen so der scheiß mit dem er hier ankommt ey so ja da wartet mal ich habe noch eine idee für jetzt ich habe noch eine idee für jetzt ja wobei ich bin eigentlich schon bei den 30 minuten aber ich habe noch eine idee so ich würde gerne mit diesem jeep nach oben die ecke erkunden kurz geht ja nicht geht ja schnell ja ist ja gut so beziehungsweise ich könnte eigentlich den sammler kaputt schießen ich kann den sammler kaputt schießen bam so sehr schön hat er hier oben noch was stehen nein hat er nicht sehr gut ok leute ach du scheiße alles klar dann dann fahr bitte so schnell wie es geht hier in diese basis rein ich will die mal ein bisschen erkunden ach verdammt was was wie feige bist du denn wie feige bist du denn ey boah leute das ist doch nochmal knapp hier mit dem sammler hab ich ja keine ach verdammt wir haben keine money mehr ihr seht wie viel schaden das ding macht so sehr gut was zur da ist immer noch dieser raketenwerfer oh man was ist da was ist hier links wieder her gefahren ich hab keine sammler mehr nur diesen kaputten sammler weil die zu dumm sind ach weil die zu dumm sind um vernünftig zu arbeiten ey oh man ja gut aber das ist nicht schlimm warte ich habe die mammut panzer armee vollständig das heißt das sollte soweit passen fürs nächste mal gut dann baue ich mir hier noch die zwei silos hin und dann liebe leute würde ich mal sagen wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein like oder abo da würde ich sehr freuen lasst die glocke läuten und ja wie es hier weiter geht sehen wir beim nächsten mal und ja dann würde ich sagen würde ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag ne tschüss tschüss ich top dann